Was für ein Schreck, für viele zumindest mal eine nicht so tolle Nachricht, wenn man auf den DAX guckt beispielsweise und natürlich gucken wir auch auf die amerikanischen Indizes. Also das ist etwas, was nicht optimal aussieht aus bullischer Sicht. Der Markt mit einem deutlichen Gap nach unten eröffnet. Viele werden sagen, der Grund liegt an der neuen Nachricht zu Corona. Es gibt was ziemlich Doofes zu berichten. Da gibt es eine neue Variante, die ziemlich heftig wohl zu sein scheint und sich wie wild jetzt gerade verbreitet. Das ist sicherlich nicht die beste Nachricht, um zu träumen davon, dass der Markt jetzt endlich sich wieder mal erholt, wir endlich wieder normale Bedingungen haben, wieder reisen können, wieder alles die normalen Wege da vor sich nimmt. Klar, dementsprechend der Markt jetzt aktuell nach unten. Konnte man das vorhersehen? Na gut, die Wissenschaftler werden das vielleicht vorhergesehen haben, dass es früher oder später passiert. Dass es jetzt passiert, wusste wahrscheinlich keiner. Konnte es die Charttechnik vorhersehen? Nein, auch die Charttechnik hat das natürlich nicht vorhergesehen. Und das sage ich durchaus mit dem ganz klaren Bekenntnis. Die Charttechnik kann natürlich nicht in die Zukunft gucken. Überhaupt nicht. Die Charttechnik kann nur das, wie wir Menschen darauf reagieren, sichtbar machen. Und dann eben aus diesen Verhaltensweisen, die die Marktteilnehmer dann haben, kann man ein bisschen was ableiten. Aktuell geht der Kurs deutlich runter und damit ist dieses Bild, was ich hier mal beim DAX gezeichnet habe, dass dieser erste Rücksetzer eigentlich super ist, um dann eine Korrektur zu haben, um anschließend nochmal so etwas und das wäre ein normaler Rücksetzer, um was zu erwarten? Das hier. So, jetzt was kann die Charttechnik? Jetzt wollen wir doch mal gucken. Die Charttechnik kann deutlich machen, das ist geliefert worden. Das war bestellt worden. Wir haben nicht das geliefert bekommen, was bestellt wurde. Dadurch ist dieses Ding, dass wir vorläufig oder schnell in einer Jahresendrallye wieder weitermachen können, wenn wir hier nochmal einmal so ein bisschen runtergehen, das Thema ist erstmal durch. Also, das kann man natürlich nicht in der Zukunft vorhersehen, dass sowas passiert, aber wir können daraus ableiten, was jetzt als nächstes typisch ist. Denn eigentlich ist so eine Bewegung per se nicht typisch im Sinne von, nö, nö, und danach geht es Business as usual und dann geht der Markt weiter nach oben. Mit was ist denn zu rechnen, wenn wir so eine Bewegung sehen? Zunächst ist mal zu rechnen, dass irgendwann mal diese Panik, die wir jetzt hier in dieser Bewegung haben, zu Ende ist. Und dann ist der zweite ganz wichtige Punkt, den wir nicht vergessen dürfen. Wie reagieren die Menschen drauf? Reagieren sie gelassen drauf und sagen, hu, habe ich mich erschrocken, was war das denn? Alles nicht so schlimm. Dann sieht das in der Richtung so aus. Kann auch höher liegen, kann ein bisschen niedriger sein. Dann gibt es auch zwischendurch mal wieder eine Pause und dann wird jeder sagen, ach ja, komm hier, was soll es denn? Ihr seht, das ist das gleiche Verfahren hier wieder. Natürlich muss das nicht passieren, dass die Leute so lachend da drüber stehen und sagen, ach komm, ist alles ja nicht so schlimm. Sondern es ist durchaus realistisch denkbar, dass die Marktteilnehmer sagen, ach Gott, ja, ich bin mir noch nicht so sicher, was das ist. Und das ist ein komplett anderes Bild. Das zeigt, dass die Abwärtsseite stark ist und dass die Aufwärtsseite die schwache ist. Und das suggeriert, dass im Anschluss, wenn das hier auf der Unterseite eben nicht mehr hält, klassisch sind diese Zwischentiefs beispielsweise. Manch einer guckt auf den Trennkanal. Gibt es verschiedene Varianten, wie man da versuchen kann, reinzukommen. Aber wenn diese Bewegung zu Ende ist, alternativ, wenn die halt auch nur irgendwie so aussieht und dann verlassen sie ihn noch mal nach unten. Dann bin ich mir relativ sicher, dass das als nächstes noch mal sich anschließt. Und ihr seht, das ist eigentlich die Quintessenz der Charttechnik. Es ist leider nicht so, dass wir das vorhersehen können hier. Wir können nur sagen, ab wann sich das Bild daraufhin ändert. Und das Bild, was wir gezeichnet hatten mit der Option nach oben, hat es nicht gekommen. Aber es ist ganz klar nicht gekommen. Und dementsprechend gibt es gar keine Avancen hier auf die Longseite zu wechseln. Für die Shortseite wird jetzt ganz relevant sein, ob wir hier wackelig, in irgendeiner Form wackelig hier nach oben kommen. Das wäre ein ganz klares Zeichen. Nee, die sind noch nicht wieder voll da. Die sind noch ängstlich. Die haben noch die Sorge. Und dann werden ganz schnell noch mal die Tiefs, die wir hier unten hatten bei 14.800 in etwa, noch mal ein Thema. Vielleicht sogar noch mehr, aber wollen wir den Teufel nicht an die Wand malen? Das lässt sich im Moment noch nicht wirklich bestimmen. Aber diese Marke hier, sprich dieses Tief hier, ist absolut in den realen Fokus wieder gerutscht. Und würde nur eigentlich dann nicht mehr spannend sein, wenn der Markt mit einer deutlichen Bewegung nach oben kommt. Das heißt, die Charttechnik ist nicht so sehr das Zeichen, ja, ich kann in die Zukunft gucken, sondern ich kann das sehen, was die Marktteilnehmer machen und an deren Begeisterung, Sorge, Panik, Freude, Angst kann ich ablesen, was wohl wahrscheinlich die nächste Aktion ist. Das ist das, was die Charttechnik kann oder was sie eben nicht kann. So, also insofern, aktuell ist alles, was auf der bullischen Seite ist, erstmal auf Halt gesetzt. Gibt es erstmal nichts zum Festhalten. Wer natürlich im übergeordneten Bild unterwegs ist und sagt, naja, gut, dann geht er halt noch mal da runter. Wen interessiert das? Ja, alles gut. Wir müssen zwar damit rechnen, dass der Kurs unter Umständen auch noch weiterfällt. Die Chance ist also da. Dann wird man im Nachhinein sagen, das ist ein klassischer A, B, C. Und anschließend kam noch mal das. Also quasi das, was wir hier im Kleinen hatten. Ich habe es ja mehrmals schon erklärt. Dieses A, B, C, A, B, C. Und dann dieser Schub. Genau das gleiche, eine Nummer größer. Ich schiebe das mal bewusst eins darunter, dass wir es haben. Das ist quasi die A. Machen wir es so. Das ist die A. Das ist die B. Und jetzt danach noch mal die C. Und wer jetzt sagt, es ist ja ganz anders und das geht nicht. Es ist genau das gleiche, was wir hier im Kleinen hatten. Das hier mit der ersten Corona-Situation. Und das ist das im Großen. Dieses Bild ist immer noch möglich. Es ist sogar ein sehr typisches Bild. Ich kann also nicht sagen, nee, das kann nicht sein. Wer also jetzt noch long ist, muss nicht in Panik geraten. Es ist nicht gesagt, dass das Bild passiert. Aber er muss eben sagen, würde mich dieser Rücksetzer stören, muss ich vorher raus. So, und da kommen wir jetzt ins Spiel als Chart-Techniker. Wo ist denn das bullische Bild rum? Es ist nicht zwangsweise rum, wenn er jetzt noch einen Meter tiefer, also einen Millimeter hier tiefer geht. Es ist auch noch nicht rum, wenn er dieses Tief hier rausnimmt. Es kann also durchaus sein, dass er dieses Tief hier noch mal rausnimmt und anschließend noch mal dreht. Also, sprich, dann sähe es so aus, zack, 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 er geht noch mal vielleicht auf 14.600 und anschließend nach oben. Das würde dieses Bild nicht kaputt machen. Im Gegenteil, alle Korrekturen, die ungefähr vergleichbar sind mit dieser Geschichte hier, sind ganz normale Korrekturen. Dann sehen wir hier ungefähr, wo ist diese Marke bei 14.050 in etwa. Da würde man noch sagen, es ist im großen Bild völlig in Ordnung und völlig normal. Das ist jetzt die Schwierigkeit, da müsst ihr jetzt euch überlegen. Ich weiß, viele wünschen sich, nein, nein, ich möchte jetzt ganz klar konkret, gewinne ich jetzt oder gewinne ich jetzt als nächstes? Ich will einfach nur gewinnen, mehr will ich ja gar nicht. Das funktioniert nicht an der Börse. An der Börse funktioniert das Spiel, will ich das überleben? Dann muss ich ihm genügend Platz lassen, riskiere dabei einen Teilgewinn, den ich hier vielleicht gemacht habe. Oder sage ich mir, das ist mir zu fishy, ich gehe da jetzt raus und sobald ich hier wieder, ähnlich wie ich das hier gezeigt habe, die Zeitebene könnt ihr euch heraussuchen, ob ihr im Mehrstundenschart arbeiten wollt oder ob ihr auf Tagesbasis oder noch länger unterwegs sein wollt, dass ihr dann euch überlegt, okay, wie gehe ich dann damit um? Das ist so die ganz wesentliche Quintessenz, was viele nicht verstehen, wenn es um die Börse geht. Viele denken dann, nein, nein, die Börsenwissenschaft ist die, dass die richtigen Profis genau wissen, was als nächstes passiert. Und mein Credo, was ich versuche seit Jahr und Tag immer wieder zu sagen, unsere Fähigkeit ist nicht die Zukunft zu sehen, sondern mit den gegebenen Gegebenheiten sinnvollen umzugehen. Und wie wir das machen, das zeige ich ja regelmäßig hier, hier habe ich das an diesem Beispiel eben gezeigt. Damit kann man einigermaßen gut, sagen wir mal, solche Situationen eben meistern. Wir müssen das also mit einplanen, dass sowas passiert. Können wir damit rechnen, dass das jetzt ganz sicher ist? Nein, aber mit jedem Rücksetzer, der steil ist und jedem Anstieg, der dann nur korrektiv ist, wird dieses Bild natürlich realistischer. Das heißt, solange es so ein Muster ist, wären wackelige Gegenbewegungen Möglichkeiten, sich auf die Shortseite zu setzen oder umgekehrt Notwendigkeiten, Longpositionen abzusichern. Entweder durch Schließen oder indem man sich eben entsprechende Kontrakte dagegen kauft, damit man sich da absichert. Das kann ein Putz sein beispielsweise, die werden natürlich immer teurer, je mehr sich das bewegt. Das kann auch ein CFD sein, dass man sagt, komm, dann habe ich wenigstens ein bisschen das mal abgefedert aktuell. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, ist vielleicht ein anderes Thema, nicht aktuell jetzt das Relevante. So, also ihr seht, die Situation ist nicht unernst im Sinne von, was da alles passieren kann, aus ganz normalen Gründen. Aber ich möchte auch gleichzeitig sagen, ihr müsst euch noch keine Sorge machen. Ein Rücksetzer zum Beispiel dieser Art wäre nichts anderes als das Pardon zu dieser Bewegung. Das war eine starke Korrektur, eine steile oder scharfe Korrektur, sagen wir dazu. Das hier, zack, zack, zack. Das ist jetzt hier vielleicht etwas, was mehr sich in die Länge zieht, also mehr eine Seitwärtskorrektur ist. Das ist aber ganz typisch. Das hier zum Beispiel war auch eine Seitwärtskorrektur insgesamt hier. Und das Pendant hier, also streng genommen müsste ich so zeichnen. Dieses hier wäre das hier eine Nummer kleiner. Ihr seht, dieses Verhaltensmuster ist nicht untypisch, ist nicht selten. Wir sehen das manchmal im Großen, wollen wir mal nicht hoffen, dass es das ist. Zumindest mal für diejenigen, die sich nur long orientieren wollen. Für uns Aktivere ist das, ehrlich gesagt, genauso gut. Ist doch egal, ob der Kurs hoch oder runter geht. Hauptsache bewegt sich. Aber ich weiß, dass viele natürlich darunter leiden, wenn der Kurs nach unten geht. Deshalb wünschen wir uns das natürlich mal nicht. Letztlich ist es mir ja egal, ob er hoch oder runter geht. Dann soll er halt hochgehen, in Gottes Namen. Aber dafür muss er das auch machen dürfen. Es wäre ein ganz normales Prozedere, auch in einem Bullenmarkt, so eine Korrektur. Also wir müssen doch gar keine Sorge haben. Ihr seht ja, dass häufig nach dieser Bewegung es schnell nochmal geht. Ja, hier ging es ja auch relativ schnell. Warum soll es hier nicht schnell gehen? An der Stelle. Also das ist nicht untypisch, dass es dann nochmal einmal mit Schmackes in die entsprechende Richtung läuft. Soweit mal das aktuelle Bild beim DAX, weil viele Fragen mich erreicht haben. Oh Gott, oh Gott, wie sieht denn das aus? Womit muss ich denn jetzt aktuell rechnen? Da droht doch Ungemach. Tatsächlich droht möglicher Ungemach. Wir wissen jetzt, das können wir nicht ausschließen. Auch ein etwas weiter Rücksetzer, auch bis 14.000 in etwa, schließt das nicht aus. Spätestens für diejenigen, die jetzt ganz langfristig gucken, wenn wir dieses Hoch hier aus dem Sommer letzten Jahres oder Frühherbst letzten Jahres, das war ungefähr 13.500 ein bisschen tiefer. Wenn wir das durchstoßen, spätestens dann, bin ich recht sicher, sehen wir auch nochmal die 8 und tiefer. Solange wir da oberhalb bleiben, ist erst nochmal alles gut. Ist alles noch eine Korrektur. Solange wir sogar oberhalb der 14.000 bleiben, noch besser. Kann sein, dass wir in diesem Bereich hier nochmal runterfallen. Das wäre aus aktueller Sicht nicht irgendwie was Besonderes. Dagegen wäre, also die Gegenmaßnahme wäre, dass es eben, machen wir das mal hier oben, die nächste Bewegung eine steile nach oben ist. Also nicht so wackelig, wie ich das hier gezeichnet habe. Wenn es dann auch noch wackelig runter geht, dann würde ich sagen, puh, spannend, aber nächste Chance nach oben. Das ist nicht mein präferiertes Bild, weil typischerweise der gerne nochmal dann irgendwo hier hin landet, in die Nähe oder sogar tiefer. Aber es kann auch sein, dass der höher ist. Das gibt es auch. Aber wir werden das an diesem Szenario sehen. Das heißt, an dem, was wir jetzt hier als nächstes entsprechend bekommen, ob wir uns noch auf tiefere Kurse einstellen müssen oder entsprechend nicht. Solange das weiter fällt, gibt es für die Long-Seite sowieso keinen Grund. Und für die Short-Seite weiterhin Gründe zur Absicherung. Soweit mal das Video zum DAX. Das ist ein bisschen länger geworden, aber weil ich viele Fragen bekommen habe dazu, habe ich gedacht, ich mache euch das jetzt mal so. In Born for Trading werde ich jetzt gleich noch weitere Updates bringen zu den amerikanischen, zu Gold. Es gibt natürlich auch auf Finanzmarktwelt.de am Wochenende wieder ein Update. Ich werde mal gucken, was ich dazu bringe, welche Märkte ich da ranbringe. Aber da gibt es natürlich das Ganze auch nochmal ein bisschen ausführlicher und auf mehr Märkte verteilt. Wer es ganz kurzfristig will, der ist bei Born for Trading natürlich richtig aufgestellt. Aber ansonsten hier auf, naja, irgendeinem Kanal werdet ihr das schon mitkriegen. In diesem Sinne euch alles Gute, ganz liebe Grüße, bis zum nächsten Beitrag.